Wie ich schon in einigen E-Mails angekündigt habe, werde ich ab dieser Woche einzelne Fragen, die so ungefähr alle Anleger beschäftigen, per Kurzvideo beantworten. Ich habe letzte Woche ungefähr 30 Mal die gleiche Frage in der gleichen Art und Weise beantwortet und in der Homeoffice gibt es interessante Weiterentwicklungen. Meine Frau ist daneben gesessen und hat gesagt, was hältst du davon, wenn du deine Stimmbänder schonst und diese Antwort auf Video aufzeichnest, dann kannst du mehr Menschen erreichen. Auf der anderen Seite schonst du deine Stimmbänder. Jetzt bin ich draußen im Garten noch, soweit es geht. Es ist sehr frisch geworden, fast schon Wintergruß. Die wichtigste Frage, die aktuell von den meisten Anlegern kommt, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter und was soll ich mit dem Portfolio zu tun? Mit dem wie geht es weiter ist einerseits gesellschaftlich, das hören wir permanent, schwer zu beurteilen. Da will ich auch gar nicht hinein, um irgendwie versuchen, Hellseher zu spielen. Wie schaut es mit den Kapitalanlagen aus? Was soll ich dort tun? Dort gibt es ein paar Faktoren, die man natürlich auch allgemein berücksichtigen kann, ohne dass man jetzt die einzelne Situation beantwortet. Ich muss auch dazu sagen, die Situationen sind immer individuell zu behandeln. Warum? Wenn jemand keine Reserven hat, sprich die Portfolios bis jetzt leider nicht so aufgebaut waren, dass man unter Umständen ein Jahr lang aus anderen Reserven sich finanzieren kann, vielleicht sogar zwei Jahre, dann ist es verständlich, dass man jetzt beginnt, sich Sorgen zu machen und sagt, es ist egal, mit welchem Verlust ich realisiere, um meine Liquidität und meine aktuelle finanzielle Lage zu stabilisieren. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Portfolios aber nicht so aufgebaut waren, dass die Reserven gefehlt haben, sprich die Reserven da sind. Dann ist die momentane Marktlage nach den Abstürzen der letzten zwei Wochen, und die waren unglaublich schnell, natürlich nicht mehr ganz ideal, um die Reißleine zu ziehen. Was können wir aus der Vergangenheit mitnehmen, 1929, 1987, 2008? Es gab immer wieder Situationen im Markt, die vergleichbar leider nicht ähnlich waren, weil so eine Virusgeschichte und vor allem etwas, wo wir global eine Vollbremsung hinlegen, das hatten wir noch nie. Ich gehe davon aus und ich versuche eher mit der Frage, was können wir machen, nicht mit dem Bild uns auseinanderzusetzen, was ist, wenn der Markt sehr schnell sich wieder erholt, sprich in einem halben Jahr, in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, wir auf den Höchstständen sind, wo wir noch in Jänner oder Anfang Februar waren. Glauben Sie mir, wenn das passiert, dann wird das niemanden stören. Und es ist so, dass wenn das passiert, dann über die Worst-Gest-Variante, über die wir uns gerade unterhalten könnten, und wenn wir uns damit anfreunden, das wird uns dann nicht stören. Die Worst-Gest wäre, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, wir bleiben auf diesem Niveau, da gehen sogar noch weiter zurück. Es könnte also sein, dass wir keine v-förmige Erholung sehen, sondern vielleicht sogar ein L. Das bedeutet, dass wir nach dem Absturz quasi mit den Kursen lange Zeit unten bleiben. Wenn das passiert, dann stellt sich die Frage, wie soll ich mein Portfolio neu ausrichten? Und dafür hat sich in den letzten Jahren, wenn wir als Vergleich die Entwicklung der Technologieblase hernehmen, das könnte ein Leitfaden dafür sein, eine Idee. Dass man sagt, wenn wir davon ausgehen, dass die globale Wirtschaft sich anpassen wird, ähnlich wie die Technologieunternehmen sich angepasst haben, nach den Platzen der Technologieblase, dass die Wirtschaft weiter existieren wird. Dann bleibt uns nichts anderes über, als auf dem neuen Niveau uns auch einzupreisen. Was schmerzhaft ist, wenn sich jemand von den buchhalterischen Gewinnen oder von den Gewinnen, die man gesehen hat noch vor ein paar Wochen, mental nicht trennen kann. Weil dann psychologisch eines passiert, wenn man nur darauf wartet und sagt, ich tue gar nichts, ich investiere gar nichts neu, sondern ich warte, bis ich wieder über Null bin, dann ist leider minus 20, minus 50, minus 60 Prozent alles immer gleich schmerzhaft, alles immer gleich schlecht. Wenn ich aber beginne, auf den neuen Niveaus weiterhin auch zu investieren, sprich Anleger, die entweder bis jetzt schon sogenannte laufende monatliche Sparpläne gehabt haben, oder alles spätestens jetzt laufende monatliche Investitionen ins Portfolio aktivieren, die mischen die alten Einkaufsniveaus runter auf tiefere Einkaufsniveaus und somit ist dieser Null, um wieder aus dem Wasser zu kommen, viel, viel näher. Ein Beispiel ist wieder die Technologieblase. Wenn jemand in Jänner 2000 in den Technologiebereich investiert hat, dann war in der Spitze dieser Technologiebereich bis zu 70 Prozent unter Wasser. Wenn also jemand gesagt hat, ich habe einmal falsch investiert und deswegen tue ich gar nichts, so lange, bis ich nicht wieder in Null bin, dann hat es insgesamt 18 Jahre gebraucht, bis 2017, und zwar im Dezember, dass diese Investition von Jänner 2000 wieder in Null war. Eine unglaublich lange Zeit und es war sogar ein Reflex, möglicherweise dabei zu sagen, wenn ich in Null bin, dann gehe ich raus. Nach 17 Jahren hat man dann die Möglichkeit gehabt, plus, minus, low auszusteigen und ab 2017 ist sogar im Technologiesektor eine unglaubliche Anstiegsphase gekommen, die jetzt selbst nach der Korrektur, die jetzt sich abspielt, noch immer deutlich höher ist, als wir auf den Niveaus 2017 waren. Hat aber jemand begonnen, in 2000 laufend monatlich dazu zu investieren? Natürlich hängt es davon ab, wie viel war es jährlich die gleiche Summe, wie man anfangs investiert hat, sprich, wenn 10.000 auf einmal angelegt waren und danach nicht auf Glück, weil viele mich auch fragen, soll ich jetzt schon nachinvestieren auf einmal, egal welche Summe, die aufgeteilt auf mehrere Teile nachinvestiert hat. Wenn also jährlich die gleiche Summe nachinvestiert wurde, wie die anfängliche, dann war dieser Null-Effekt, dass man wieder ins Positive gedreht hat, bereits 2007, nicht 2017, 2007, hat man monatlich einen kleineren Betrag dazu investiert, dann ist es auf jeden Fall von 2017 nach vorne gekommen, dieser Null-Effekt und ich glaube, das ist am entscheidendsten, sich in der aktuellen Lage mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie geht es mir, einerseits persönlich, meinem Job, meinen Einnahmen, aber auch, wie stehe ich mit meinen Kapitalanlagen dazu, wenn die Märkte sich nicht erholen, nicht so schnell, wie ich es hoffe und möglicherweise ähnlich wie im Technologiebereich, diese U-Form, die wir auch dort gesehen haben, aber die hat 20 Jahre gedauert. Wie geht es mir dann damit? Kann ich mich damit abfinden und kann ich trotzdem die richtigen Strategien weiterfahren? Ich werde in dieser Form in den nächsten Tagen, Wochen, laufend mich bei Ihnen mit einzelnen Ideen zu Fragen, die ich bekomme, melden. Ich lade Sie ein, dass Sie mir direkt per E-Mail oder im Social Media, aber wie auch immer, die Fragen, die Sie aktuell beschäftigen, schicken. Wenn die sehr speziell und individuell sind, können wir natürlich darüber einzeln uns unterhalten, auch im Video-Chats. Sollte das eine Frage sein, wo ich das Gefühl habe, das betrifft allgemein sehr viele Kunden und es lohnt sich, kurz ein Statement per Video zu machen, dann mache ich das. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Sonnig ist es ja, aber sehr, sehr kalt. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017